Willkommen zurück zu F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Unsere D-Situation führt uns nach Monza zum großen Preis von Italien und wie immer gilt, es gibt noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen, bevor wir auf die Strecke springen und das letzte Mal habe ich ja schon so ein bisschen angeteast, dass ich gerne ins Marketing investieren möchte, die letzten Stufen freischalten möchte, die sind allerdings relativ teuer, 30 Millionen für die Sponsorenbeziehung und dann nochmal 10 Millionen für die Aktivitätenplanung und da habe ich dich so ein bisschen gefragt, macht es überhaupt Sinn und da waren die Meinungen tatsächlich sehr unterschiedlich, die einen haben gesagt, jawohl Ray, du hast den Plan, genau so und manche haben gesagt, nee, das macht doch keinen Sinn, das ist doch Quatsch, nimm das Geld lieber für, naja, die Forschung in die Hand, damit das Auto einfach irgendwo besser wird und tatsächlich habe ich auch nochmal selber so ein bisschen überlegt, also ich würde es schon gerne machen, denn um das einfach nur ganz kurz zu erklären, je besser die Sponsorenbeziehungen sind, also die Anerkennung schneller steigt, ne, was das ja bringt, also statt 20% Bonus hat man halt einen 30% Bonus, ähm, je schneller steigt man halt im Level, das Level seht ihr ja ganz oben, das ist jetzt hier mit 18 und natürlich erst einmal ein positiver Aspekt, das ab Stufe 20 schaltet man den vierten Sekundärsponsorslot frei, aber auch darüber hinaus bringt jedes weitere Level mehr Geld von den Sponsoren, um das vielleicht auch nochmal ganz kurz zu zeigen, unter Firma, äh, genau hier sieht man ja, man hat einen Zielbonus, man hat die wöchentlichen Einkommen und je höher das Level halt eben da oben ist vom Team, desto mehr gibt's halt, also das ist auch natürlich über längere Sicht macht das irgendwo Sinn. Jetzt ist aber allerdings die Frage, lohnen sich wirklich diese 30 Millionen in die Hand zu nehmen, äh, kriegt man das nachher wieder rein? Das weiß ich nicht, das müsste man sich jetzt ausrechnen, da müsste man jetzt wissen, was so ein Prozent mehr bringt und wie viel Level ich tatsächlich mehr aufsteige, ne, weil man steigt schon nicht so schnell auf, finde ich, ab einer gewissen Stufe und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt wirklich hier auf komplette drei Saisons planen, ob ich überhaupt einen Level-Bonus am Ende habe, ob das vielleicht überhaupt ein Level ausmacht oder wenn, vielleicht nur eins und ich glaube, dann lohnt sich vielleicht diese 30 Millionen gar nicht. Also wir nehmen mal die Erfahrung mit für den nächsten F1-Teil, wenn wir dort dann wieder eine F1-My-Team-Karriere starten und dann können wir das vielleicht eher abwägen, aber ich würde tatsächlich auch zurückrudern und den Leuten recht geben, die gesagt haben, nee, das ist viel Geld, 30 Millionen, lass das lieber erstmal in eine andere Abteilung reinstecken und auch in der Aktivitätenplanung bin ich gerade nicht sicher, ob ich das vielleicht nicht mal so mitnehme gegen Ende der Saison, wenn wir eh dann ein bisschen mehr Geld überhaben, als dass wir nicht sogar jetzt eher in, ja, den Teamkollegen investieren und Moment, hier, das ist nämlich auch schön, es ist nämlich jetzt das Analysezentrum fertig geworden, wir haben jetzt hier einen richtig geilen Simulator, richtig nice und ja, da by the way erwähnt, damit man bei dem Simulator auch die Lackierung des Fahrzeugs hat, muss man das auch so ein bisschen modden, ja, also das auch nochmal zur Kenntnisnahme für diejenigen, die das auch noch nicht wussten, ne, das Fahrzeug hier, das ist gemoddet, ja, das habe ich ins Spiel reingemoddet, war auch ein mega Aufwand, da gab es auch eine längere Pause zwischen Saison 1 und 2 und dann nach dem Saison gestattet auch nochmal eine längere Pause, aber das gehört zum Glück der Vergangenheit an und tatsächlich muss man für den Simulator das nochmal neu machen, aber ja, ich wollte unbedingt, dass der Simulator auch so aussieht, wie dann eben das Fahrzeug aussieht, man könnte jetzt natürlich überlegen, ob man den oberen Sponsor da, wo das Atlantic anfängt, ne, das ist ja da, wo sieht man es denn gut, hier sieht man es nirgends gut, vielleicht hier, also oben haben wir ja Atlantic aktuell als Sponsor mit auf dem Auto, das könnte man jetzt optisch, wenn man möchte, tatsächlich wegmachen für den Simulator, denn der Simulator kann tatsächlich komplett anders aussehen, was irgendwie auch sehr lustig ist, was man sich mal vielleicht überlegen könnte für die Zukunft irgendwann, ob man den optisch anders aussehen lassen möchte, aber ich finde es so cool, so, nur jetzt das am Rande erwähnt, ne, und da wieder auf den Punkt zurückzukommen, vielleicht macht es halt wirklich Sinn, dann eher die 10 Millionen zu sparen für das Fitnesscenter oder halt eben auch sagen, okay, pass mal auf, wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen in die Ressourcenpunkterzeugung rein investieren, denn, da hat mich auch jemand darauf hingewiesen und das war voll schlau, weil ich habe es nämlich komplett vergessen, es wird natürlich auch wieder diese Saison Regeländerungen geben, das heißt, manche Teile, die wir jetzt hier geforscht haben, müssen wir dann erneut erforschen und es kostet richtig viel Ressourcenpunkten, das heißt, wir müssen irgendwann jetzt demnächst, vielleicht sogar jetzt schon anfangen, Ressourcen zu sparen und, äh, dementsprechend, ähm, ja, damit wir alles halt einfach mit in die nächste Saison übernehmen können, ne, das ist auch nochmal so ein Punkt und dann ist jeder Ressourcepunkt, den wir halt vielleicht zusätzlich bekommen haben, halt jetzt schon Gold wert, ich meine, wir können ja nochmal ganz kurz gucken in der Rangliste, was für Rennen noch ausstehen, ne, jetzt steht Italien an und dann sind es gar nicht mehr so viele Rennen und deswegen würde ich sogar echt schon fast sagen, wir geben gar nichts jetzt mehr aus, ja, also wir geben heute nichts Neues in Auftrag tatsächlich, ähm, das, was überbleibt am Ende, vielleicht haben wir ja Glück, können wir ja dann immer noch investieren, klar, wir werden vielleicht ein bisschen Rückschritt haben, aber aktuell stehen wir ja gut da, ne, wir sehen, wir sind auf einem guten zweiten Platz, wir sind sogar näher an Mercedes dran, wie Racing Point an uns dran ist, wenn wir das mal so gesamt anschauen, im Antrieb sind wir, ja, gleich auf mit Ferrari, sehr cool, ähm, und, äh, aber trotzdem auf Platz 3, ähm, dann beim Chassis sind wir auf jeden Fall die Nummer 1, das wollte ich ja auch haben, da sind wir ja auch, das nimmt uns jetzt ja auch erstmal keiner mehr weg und bei der Aero sind wir auf Platz 2, da sind wir auch gut unterwegs, gut bei den Teilen sind wir halt leider, ja, sind wir auch Platz 3 mittlerweile, ist auch gut, aber halt immer noch nicht da, wo ich gerne sein möchte, wobei natürlich durch das letzte Rennen haben wir natürlich jetzt, was die Teile betrifft, Moment, wo sind wir denn, ja, haben wir jetzt natürlich gut Auswahl, also diese Saison wird's kein Thema mehr werden, ähm, von dem her wird das schon passen, ähm, dann heißt es jetzt, jetzt lasse ich mich überlegen, sollen wir nochmal ins Sparen fürs Personal oder sollen wir direkt in die Ressourcenpunkterzeugung was machen? Ich glaube, es macht mehr Sinn, jetzt das Geld erstmal zu sparen und dann in das Fitnesscenter zu investieren, damit wir das schon mal haben, das heißt schon mal bessere Werte für Mick, mehr Punkte von Mick und mehr Punkte gibt uns am Ende der Saison auch mehr Geld, ja, ganz einfache Geschichte und dann in die Ressourcenpunkterzeugung rein, hätte ich gesagt, in den verschiedenen Abteilungen, denn wir haben bis jetzt nur in der Strapazierfähigkeit auf Stufe 2 und in anderen nur Stufe 1, ja, das ist auch eigentlich, glaube ich, noch ganz gut, ja, leistbar, 6 Millionen, wahrscheinlich ab der dritten Stufe wird's dann schon Richtung 10 oder 12 gehen, aber das werden wir dann auf jeden Fall auch in allen Abteilungen anstreben, damit wir da auch gut aufgestellt sind, denn jetzt macht's auf jeden Fall noch Sinn, jetzt sind wir ja noch in der Entwicklung des Fahrzeugs, das werden wir natürlich auch oder wird uns natürlich auch über die dritte Saison begleiten und auch hier macht es natürlich Sinn, so früh wie möglich da rein zu investieren, wenn wir dann alles schon haben, dann brauchen wir es nicht mehr, dann ist es quasi zwecklos. So, jetzt hab ich ein bisschen lange gelabert, noch nicht viel getan, aber ich find einfach das auch wichtig, hier im Teammanagement auch so ein bisschen Klarheit zu schaffen, mit dir zu kommunizieren, denn du bist ja auch so ein bisschen der Mitteilhaber von PXH Racing, ja, PXH steht ja für Pixelhelden, falls du das nicht wusstest, ja, PXH ist ja unser, sozusagen unsere Shortform, unsere Kurzform von Pixelhelden und da wurde ja auch vor Jahren eben das PXH-Logo entworfen, ist sogar namensrechtlich beziehungsweise logorechtlich geschützt, ja, da haben wir relativ viel Geld in die Hand genommen, das tatsächlich in Deutschland und europaweit schützen lassen, das PXH-Logo, also hier nicht einfach klauen, aber ihr dürft's gerne, wenn's communitydienlich ist, nutzen aber im besten Falle vorher fragen, dann geben wir da normalerweise sehr gerne die Erlaubnis, nur ich wollte's nochmal erwähnt haben, so, ähm, ja, dann gehen wir mal ganz kurz hier auf Nachrichten, was ist denn das, Rücktritts-, nee, Rücktritts-, genau, doch, Rücktrittserklärung, doch, tatsächlich, guten Morgen, wie du vielleicht schon gehört hast, hat Kimi Raiken heute Morgen eine Pressekonferenz abgehalten und den Rücktritt aus der Formel 1 angekündigt, was? Durch die offene Stelle könnte es alle möglichen Bewegungen im Fahrrad angeben, wir sollen die Situation im Auge behalten, okay, und wann, jetzt direkt, oder, das ist ja interessant, Moment, das müssen wir doch hier sehen können, oder, Fahrermarkt, also noch wird er ja da sein, oder? Das wäre auch cool, er tritt zurück und dann können wir ihn trotzdem nochmal verpflichten, oder so, okay, ich bin blind, ich sehe ihn gar nicht, bin blind, oder ist er jetzt wirklich weg, 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 da ist Giovinazzi, ne, der ist echt weg, oder ich bin blind, auf beiden Augen, wie immer, der ist echt weg, okay, ist ja krass, äh, wie sieht denn das eigentlich hier gerade aus, äh, Mick, ist er jetzt ein bisschen besser geworden eigentlich, durch das Dingszentrum, weiß nicht, ich erkenne jetzt zumindest erstmal nix, aber egal, das ist ja krass, ja cool, also, es wurde auch schon gefragt, ob ich das irgendwie deaktiviert habe, dass es keine Verschiebungen im Fuhrpark, oder bei, also so Wechsel gibt, ne, habe ich nicht deaktiviert, das gab es einfach bis jetzt nicht, aber ich denke, jetzt wird es auf jeden Fall was geben, ich denke mal halt, dass sie wahrscheinlich einen Formel-2-Fahrer hochziehen, äh, Bocolacci, den hatten wir ja am Anfang, weil Schumacher bei mir nicht verfügbar war am Anfang, könnten wir vorstellen, De Vries oder so, ja, mal gucken, bin gespannt, ich bin gespannt, ähm, sei es drum, jetzt aber mal wirklich ein bisschen was machen, wir gehen die Aktivitäten, wir haben eh nur zwei Tage, da können wir jetzt ein bisschen was für Mick machen, wir können uns ein bisschen pushen, das Team können wir pushen, oder nochmal das Team pushen, ja, wir investieren immer schön weiter in Mick rein, und ansonsten ist es eigentlich auch gar nicht mehr, äh, deswegen würde ich einfach sagen, wir, äh, lassen die Zeit vorlaufen, so, genau, und, ja, bei der Reifenauswahl, ich denke mal, in Monza können wir ruhig auch bei der weichen Mischung bleiben, das sollte kein Problem sein, und, dann würde ich sagen, auf geht's, lange genug gelabert, lange genug die Zukunftspläne abgesteckt, jetzt wollen wir natürlich Gas geben, und das können wir natürlich prima beim Temple of Speed, beim Autodromo Nationale de Monza, oder die Monza heißt es, glaube ich, also hier steht jetzt nur Monza, egal, ihr wisst Bescheid, Monza, auf jeden Fall die absolute Highspeed-Strecke in der Formel 1, es geht zum großen Preis von Italien ins Qualifying. An der Strecke angekommen, checken wir direkt mal den Wetterbericht, und da soll es im Qualifying später noch regnen, wie kann es auch anders sein, zur Zeit ist ja irgendwie immer Regen im Spiel, in der ersten Saison gefühlt gar nicht, und in der zweiten Saison gefühlt bei jedem Rennen. Ja, ich werde wahrscheinlich noch bei Abu Dhabi beim Saisonfinale noch Regen haben, oder so. Ja, man sieht es, leichter Regen, mal gucken, wie es ist, ich habe jetzt tatsächlich das Setup 0,0 für Regen vorbereitet, es gab auch im Training kein Regen, es war zwar mal im zweiten Training ein bisschen bewölkt, aber Regen gab es trotzdem nicht, und vor allem ganz wichtig, im Rennen soll es nicht regnen, das ist zwar bewölkt, aber eben kein Regen, und dementsprechend habe ich natürlich hier an Monza ein Highspeed-Setup aufgebaut, das hat tatsächlich ein bisschen mehr Aero als noch in der ersten Saison, da gucken wir jetzt auch direkt als nächstes drauf, aber das liegt einfach daran, ich habe ja relativ früh, wer sich da erinnert, unser Fahrzeug auf sehr wenig Luftwiderstand in der Aero-Abteilung geforscht, und dementsprechend, ja, können wir auch einen Ticken mehr Aero fahren, wobei 1,4 jetzt nicht viel ist, in der ersten Saison sind wir 1,3 gefahren, man könnte sogar wahrscheinlich 1,5 fahren und wäre immer noch super schnell, aber ich habe es jetzt mal bei 1,4 gelassen, ich denke einfach, im Rennen haben wir da einfach sehr gute Chancen, einfach auch ohne DAS, ja, ein relativ viel Speed, ja, aufzubauen, ansonsten ist da jetzt auch nicht viel anders als in der ersten Saison, da war schon ein sehr gutes Setup vorhanden, ein bisschen weniger Diff, so viel wie ich dort eingestellt habe, brauchen wir jetzt hier nicht, bei der Radaufhängung habe ich jetzt ein bisschen Radsturz hinten gemacht, das hat sich einfach mittlerweile rausgestellt, auch gerade in der Formel 2, dass ein bisschen Radsturz hinten tatsächlich doch für Stabilität sorgt und das schadet dir auf jeden Fall nicht hier aus den Kurven raus, man könnte vielleicht sogar noch mit mehr Radsturz fahren, ich habe es auch mit Minus 1,4 probiert, war auch okay, aber habe ich mich jetzt trotzdem nicht irgendwie getraut, ich fand das so ganz in Ordnung und ansonsten, ja, Radaufhängung hatten wir in der ersten Saison glaube ich 1,3, da habe ich jetzt halt die berühmte 1,5 bis 1,7 gewählt oder 2,5 bis 2,7, jetzt in dem Fall konkret 1,6, hier habe ich glaube ich in der ersten Saison 4,8 gehabt, dadurch, dass wir jetzt allerdings ein bisschen mehr Heckflügel hinten fahren, können wir ruhig auf 3,8, wahrscheinlich würde sogar 2,8 gehen, aber so ist es glaube ich eine stabile Sache und dann passt es schon, ich komme gut um die Kurven, das sollte schon passen, Bodenfreiheit, klar, hier einen Ticken weniger, man könnte wahrscheinlich sogar mit 1,3 oder so fahren, aber man möchte es ja jetzt auch nicht komplett übertreiben, und hier und da muss man den Körb ja schon attackieren in den Schikanen und dann ist es vielleicht nicht schlecht, ein bisschen Bodenfreiheit zu haben, gerade wenn im Rennen das Fahrzeug dann voll betankt ist, dann ist es ja auch ein bisschen schwerer und liegt ein bisschen tiefer. Bei den Bremsen nichts Neues, bei den Reifendrücken ja ein bisschen mehr Drücke auf der rechten Seite, einfach weil die Linke mehr belastet wird und dann wird das ein bisschen ausgeglichen, sollte man im Rennen gerade nach 2,3, 4 Runden Renndauer dann schon gut merken, dass sich das angleicht in den Temperaturen und dann natürlich auch in den Erzeugten drücken und dann ist es einfach eine stabile Sache. So, das mal ausführlich erklärt, ich würde sagen, wir gehen ganz kurz, ups, da, Moment, hier nochmal rein, wir brauchen nicht so viel Sprit mitnehmen, Monza, relativ schnelle Runde und ja, Reifen haben wir ja gesagt, wir nehmen nur die Weichen mit, ich weiß nicht, ob das nicht doch ein Fehler war, aber naja, wir werden es rausfinden. Jetzt ist relativ viel Verkehr gerade, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich rausfahren soll, ob ich mich da irgendwie reinmogeln soll, ja, irgendwie wird es schon passen, wenn ich jetzt rausgehe. Also ihr seht, Reiköhn fährt noch, er ist einfach nur nicht mehr im Transfermarkt vorhanden, ich denke mal, der wird halt irgendwann entweder Ende der Saison aufhören oder dann tatsächlich noch innerhalb dieser Saison, das wird auch sehr spannend sein, das zu verfolgen und wer dann halt wirklich da in den Alfa Romeo steigt. So, jetzt komm, ich versuche direkt mal rauszufahren, äh, ja, geht zur Strecke, Park für mehr, jawohl, und rausfahren. So, hat er schon eine Zeit gesetzt, da können wir gleich mal nachfragen. Status Team Kollege. Nice one. Ja, ich wollte es gerade sagen, die Trainings-Sessions liefen sehr, sehr gut für unser Team, nicht nur für mich, sondern auch für Mick, also Mick hier auch richtig stark gewesen und ich glaube einfach wirklich das, was ich gesagt habe, also dass unser Fahrzeug halt einen sehr geringen Luftwiderstand hat, hilft hier halt extrem in Monza und es hilft natürlich auch Mick und dementsprechend habe ich tatsächlich große Hoffnung, dass wir hier als Team wirklich was abräumen können bei diesem Grand Prix. Allerdings, naja, man kennt das im Qualifying, ist natürlich nochmal so eine andere Geschichte. Da erwarte ich jetzt von mir erstmal jetzt nicht unbedingt, dass ich um die Pole fahren kann, aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, jetzt konzentriert bleiben, ich stelle schon mal alles hier richtig ein, denn die Runde ist schon fast wieder vorbei, blend alles aus und der Fokus gilt hier auf die erste schnelle Runde. Mal gucken wir mal, was ich hinkriege. So, einfach mal voll durch und dann gucken wir auch mal, wie schnell wir sind. Es regnet jetzt schon, oh mein Gott, nein, das wird uns alles versauen. Warum kommen wir jetzt so früh schon der Regen? Okay, jetzt go, go, go. Klar sind die Slicks jetzt noch besser als die Inters, aber im Qualy macht jeder Tropfen, macht so viel aus, oh mein Gott. und dann gehen wir mal. Zurück habe ich nicht noch länger gewartet. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Zeit gut wird. Boah. Nur neun da. Uff, ich hoffe, das reicht jetzt. Also im Quali ist es so extrem, wenn ein bisschen Regen fällt. Das macht so viel aus. Ich glaube, wir werden kein gutes Quali-Ergebnis einfahren. Uff, uff, uff. Im Quali ein Regen ist eh nicht so meine Stärke. Hm. Das war jetzt natürlich gar nichts. Ich hoffe, das reicht. Jetzt sind wir schon elf da. Ja, wir müssen auf jeden Fall in der Top 16 sein. Boah, das ist jetzt so früh, der Regen schon kommt. Zwölf da. Ui, 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 ui. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Die Runde war dann halt auch nicht so gut, wie es scheint. Klar, hier und da hätte ich ein bisschen früher noch können. Ja, aber Hamilton schafft es trotzdem natürlich, eine 17.1 zu fahren. Ist klar. Aber ja, gut. Ist kein Geheimnis, dass im Qualifying die Konkurrenz irgendwie extrem schnell ist. Ja, 13 da. Oh Mann. Ja, jetzt müssen wir halt echt hoffen, dass das reicht. Das wäre jetzt natürlich ein bitteres Ende. Das wäre jetzt ein bitteres Ende. Ich meine, klar, im Rennen haben wir gute Chancen, aufgrund unserer höheren Topspeed nach vorne zu fahren. Aber wenn wir jetzt halt ein Q1 raus wären, das wäre halt super bitter. Also ins Q3 will ich schon kommen, egal wie es läuft. Nicht nochmal so eine Aktion wie ein Spa, wo wir auch ganz hinten dann waren. Weil das Setup einfach nicht funktioniert hat im Regenqually. Aber Regenqually ist eh sowas Ekelhaftes, ich weiß es nicht. Da ist die KI so übelst schnell, die haben übelst viel Grip und du selbst haderst da extrem mit rum. Seien das halt so ein richtiges, richtiges Regenqually, dann gleicht sich das aus. Aber so mit Mischmasch und so, ach, ekelhaft. Ja, ist keiner auf der Strecke, wir lassen mal die Zeit vorspulen. Bin mal gespannt, ob überhaupt nochmal jemand rausfährt. Also ich habe jetzt eigentlich keine Muse nochmal rauszufahren, oder? Wobei es heißt Luft. Es heißt gerade, dass kein Regen ist, aber es ist doch Regen draußen, oder? Man sieht es halt von hier nicht. Doch, ich höre so ein bisschen Regen. Also die Strecke ist auf jeden Fall langsam. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt auf die Reifen gehen, dass wahrscheinlich die Inters immer schneller werden. Genau, hier sieht man es. Die sind zwar noch 6 Sekunden Off-Pace, aber ihr seht, wenn ich jetzt hier durchschalte, schade, dass es nicht von sich selbst aktualisiert, aber ihr seht, die werden immer schneller, immer schneller. Irgendwann sind sie schneller sogar als die Slicks. Aber wir werden jetzt keine neue Bestzeit mehr setzen. Also ich fahre nicht nochmal raus, das lohnt sich nicht. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht dieser Zeiten-Bug kommt. Das wäre natürlich bitter. Aber Hamilton, ey, was hat denn der, wie hat der das gemacht? Also das ist schon komisch irgendwie. Oder hat der ja so extremen Windschatten, das sah nicht danach aus. Da ist es halt vorlaufen. Ich glaube nicht, dass da nochmal jemand rausfährt, oder? Ich muss mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die Zeiten bleiben jetzt so. Ja, ja, da fährt keiner mehr raus. Die Zeiten bleiben so. Das heißt, wir haben es mit Ach und Krachen die nächste Session geschafft. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ja, jetzt müssen wir gucken. Ich würde sagen, wir fahren auch direkt raus in Q2. Weil ich denke, das Wetter wird immer schlechter, schlechter, schlechter. Deswegen direkt raus und gucken, was geht. Ja, aber zuerst einmal in die nächste Session. Ja, Inters sind auch schon aufgezogen. Also die sind mittlerweile jetzt auch echt schneller. Aber ist egal, wir fahren direkt raus. Und gucken mal, was so geht damit. Im Rennen werden wir die eh nicht mehr brauchen. Das heißt, wir können alle Intersets ruhig verballern hier. Jetzt hoffe ich halt nur mal, dass ich gut durch die Kurven komme. Und das Setup ist definitiv nichts. Wir können da natürlich überlegen, ob wir den Frontflügel um eins erhöhen. Würde die Balance zwar ein bisschen stören, aber würde halt wahrscheinlich beim Anbremsen extrem helfen hier jetzt im Regen. Ja, da ist gar kein Kripp da. Ich meine, Monza und Regen hat in der ersten Saison für, wenn ich mich richtig erinnere, für ein Erfolgserlebnis gesorgt. Oder war das in der Vorsaison, in F1 2019? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Regen und Monza, das passt schon für uns. Im Rennen halt dann allerdings. Da haben wir aber keinen Regen. Deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt auch im Quali irgendwie funktioniert. Hey, ja, da schiebt es uns richtig raus. Ja, eine Überlegung wäre es wert. Ich kann es ja mal gleich probieren dann beim nächsten Run. Mit einem Tick Frontflügel vor. Denn das darf man ja trotz Parkvermeerregel ändern. So, ich bin jetzt auch überlegen, ob ich den Racing Point vorbeilasse. Aber ich glaube nicht. Oh Gott, das ist hier rutschig. Okay, das wird jetzt lustig. Also mit ganz viel Gefühl beim Rausbeschleunigen. Mir wurde auch der Tipp erneut geschrieben, ich soll doch vielleicht einfach versuchen, die Mischung aus den Kurven raus zu ändern im Qualifying. Es hat sich aber herausgestellt, dass tatsächlich ein gutes, gut dosierter Gasfuß besser ist, wie im Qualifying an den Mischungen rumzuspielen aus den Kurven raus. Natürlich ist es sinnvoll, aber wenn man es hinkriegt, mit dem Gasfuß das zu kontrollieren, dann ist es besser und das versuche ich einfach auch immer. Das ist krass. Jetzt gehen wir halt natürlich unfreiwillig dem Racing Point auch noch Windschatten. So, das ging aber erst mal ganz gut hier. Den Körb kann man ein bisschen attackieren. Aber ich denke mal, hier werden wir viel Zeit verlieren. Deswegen mit Vorsicht da rein. Das ist halt blöd, wir geben dem halt die ganze Zeit Windschatten. Und hier komme ich nicht rum. Verdammt. Ja, der wird jetzt eine bessere Zeit haben hinten dran, denke ich mal. Oder nee, nicht mal, aber trotzdem nicht optimal. Ähm, ich würde trotzdem jetzt gleich die Box ansteuern. Wir lassen mal den Reifensatz drauf. Ich denke, der wird ja noch okay sein. Ähm, machen ein bisschen Hupsala mehr Sprit rein und probieren es einfach mal mit dem Frontflügel mehr vorne. Okay, MIG war jetzt 13 schneller, ist okay. Ich denke sowieso, dass ich wieder einen Tick weniger Flügel fahre wieder als die Konkurrenz. Ähm. Nehmehr hätte ich ruhig den Fünferflügel hinten wahrscheinlich nehmen können. Aber fürs Rennen, glaube ich, ist es aber die bessere Bank. Aber jetzt gucken wir mal. Und Verstappen bleibt erstmal hinter uns. Wobei der Red Bull bei weitem nicht mehr so gut ist. Und jetzt kommt natürlich Bottas. War auch nur eine 26-4. So schlecht war es nicht. Ich glaube, es war auch gut, dass wir direkt raus sind, weil die Strecke, schätze ich mal, wird jetzt zunehmend schlechter. Ja. Quert. Richtig stark. Das ist aber auch im Training schon gewesen. Die Alpha Tauri sind hier richtig stark in Monza. Also die sollte man hier auch auf der Rechnung haben. Und eventuell schaffen auch die Alpha Tauri die Racing Points ein bisschen zu schlagen. Und das würde natürlich unser zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft übelst sichern. Wobei ich glaube, der zweite Platz ist uns sowieso relativ sicher. Ich denke nicht, dass da noch was nach hinten geht. Nach vorne wahrscheinlich aber auch nicht. Vettel. Alles klar. Ja, ich glaube, diese Bedingungen würfeln hier alles ein bisschen durcheinander. Wobei wir haben ja gesehen, die Ferraris sind ja, was Motor oder den Motor betrifft, richtig erstarkt hier. In der Karriere. Mit der Realität hat das natürlich nichts zu tun. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir in der Top Ten sind am Ende. Und dann ist alles egal. Ich fange jetzt erstmal rein. Ich lasse den Reifensatz nochmal drauf. Ich fange nochmal direkt raus. Vielleicht sogar einen Tick mehr Sprit, um einfach gleich zwei Runden zu setzen. Wobei, es regnet sich ein. Also, ich gehe davon aus, dass es jetzt langsamer wird. Die Strecke. Aber das können wir ja gleich auch noch an den Reifen checken. Da müsste man ja auch sehen, dass die Reifen wahrscheinlich abbauen. Wobei, nee, das sehen wir nicht. Das sehen wir nur bei veränderten Bedingungen. So. Also, ich glaube, dass wir das nur bei, upsala, veränderten Bedingungen sehen. Naja. Wenn wir jetzt hier auf die Pocken gehen, sehen wir es da. Nee, das ist alles gleichbleibend. Okay, ähm, ich gehe da mal ein bisschen mehr Sprit mit. Und dann würde ich sagen, upsala, hier sind wir. Äh, ich lasse den Reifen drauf hier. Ähm, und dann probieren wir es einfach direkt nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Einfach zu gucken. Und ist ja auch nochmal ein bisschen Übung dann für das Q3, weil da wird es genauso nass sein. Sollten wir ins Q3 kommen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Jetzt habe ich den Flügel wieder vergessen. Ohoho, ich bin so ein Depp. Ja gut. Jetzt ist es halt so. Und probieren wir es halt nochmal mit dem 1er Flügel. Probieren wir es gleich nochmal mit dem 2er. Ja, nur noch 7er jetzt mittlerweile. Ja. Mal gucken. Wäre gut, wenn ich nochmal so 1, 2 Zehntel rauskitzeln könnte. Ja. Hamilton ist doch irgendwie, der hat doch irgendwie so eine Cheat Engine oder so irgendwas gerade, oder? Also es ist ja krass, wie viel schneller er einfach ist als alle anderen. Gut, klar, der muss jetzt ja auch pushen, weil der hat jetzt natürlich durch den letzten Ausfall gut Platzierung verloren. Gut, können wir auch vorstellen, dass sein Mercedes jetzt komplett neu ist. Also komplett mit neuen Teilen ausgestattet, weil, wie gesagt, er hatte ja einen Schaden beim Spark-Rombrie. Dementsprechend gehe ich aus, dass der jetzt wirklich aus der vollen Leistung schöpft und uns allen mal zeigt, was der Mercedes da so kann. So, und jetzt nochmal Konzentration. Das Problem ist, die Strecke ist halt, glaube ich, langsamer geworden. Das Problem ist, die Strecke ist halt, glaube ich, langsamer geworden. Der Quershare war jetzt doof. Ich setze nochmal eine Runde, oder? Ich weiß nicht, gucken wir mal, wie sie läuft einfach. Richtig ist jetzt hier, besser rumzukommen. Jawohl, da haben wir doch schon mal die paar Zehnte. Ja, das ist jetzt hier, besser rumzukommen. 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 Ja, das ist 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 hier, besser rumzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jawoll, das ist doch eine gute Runde jetzt gewesen Sehr gut, sehr gut Für Hamilton reicht es nicht, aber ist egal Wenn wir das nochmal so bestätigen können jetzt, dann wäre ich super zufrieden Weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass unser Setup hier gar nicht im Regen funktionieren sollte Und wenn wir jetzt allerdings nochmal rauskommen, weiß ich nicht Jetzt müssen wir gucken, dass wir Ja, schnell an die Box zurück Also es funktioniert auch mit dem 1er Flügel, wie man sieht Ob jetzt der 2er Flügel so viel besser ist, weiß ich nicht Das würde halt die Balance zerstören Probieren können wir es Auch noch ein Q3 Ich würde es jetzt halt gerne Ja, das wird zeitlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr reichen, ne? Reinfahren, nochmal rausfahren Wir müssen bei knapp 2 Minuten Rest nochmal rauskommen Wir probieren es mal Wenn wir es schaffen, bei vor 2 Minuten Rest rauszufahren oder so knapp um den Dreh rum Dann könnte es nochmal reichen Müssen wir uns halt auf jeden Fall beeilen Bis wir jetzt halt reingeschoben sind und alles Ja, das ist Sprit leer Das ist natürlich jetzt nicht gut Wir haben jetzt zwar noch knapp eine Minute Aber wie gesagt, bis wir jetzt reingeschoben sind, eingestellt haben, rausgefahren sind Ja, das wird fast nicht reichen Probieren würde ich es trotzdem gerne So, es fahren alle nochmal raus Außer die beiden Mercedes-Piloten Das ist auch interessant Oder sie fahren nochmal deutlich später raus Aber aktuell, ja Mercedes, PXH, Mercedes, PXH Also das sieht schon mal nach einem guten Bild aus Wenn es am Ende auch so ist, habe ich nichts dagegen Das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangslage für den großen Preis von Italien Ja, komm Leute, schiebt schneller rein Aber ich glaube, reicht das, ey Ich muss halt auf jeden Fall eine super Outlap hinkriegen Um da nochmal über die Linie zu kommen Ich probiere es auf jeden Fall Versuch macht klug Und außerdem nehme ich ja trotzdem die Erfahrung mit Wie es sich anfühlt im Zweierflügel Muss ich mich aber übelst beeilen So, also erstmal anderer Reifen Dann hier drauf Sprit weg Das Zurück, zurück Und zack Ja, ist egal, rausfahren Ja, 1,30 Das schaffe ich auf keinen Fall mehr über die Linie Ja, egal, die Erfahrung nehmen wir jetzt trotzdem mit mit dem Zweierflügel Das ist okay So, jetzt bloß Mick nicht die Runde versauen Der Zweierflügel wird natürlich auch auf den Geraden jetzt eher ein bisschen ausbremsen Aber gerade halt so Durch die Lesmos und so Ascari Könnte ich mir vorstellen, dass das schon Hilft und auch beim Angremsen Also vom ersten Eindruck würde ich jetzt fast sagen Jawohl, das ist sogar richtig gut Allerdings sollte ich mich jetzt auch davon nicht irritieren lassen Dass ich hier mit Mager gemischt gerade fahre Und das ist dementsprechend auch Eine andere Nummer ist Aber ich glaube schon, dass wir mit dem Zweierflügel müssen wir auf jeden Fall machen Fürs Q3 Und sollte die Zeit so massiv jetzt auf einmal schlechter werden Beim ersten Run Dann Also in Q3, dann können wir immer noch Wieder zurückstellen So, jetzt ist es eh vorbei Ja Jetzt hoffe ich mal, dass sie keine gecheateten Runden gefahren sind Wir sind auf jeden Fall auf P5 abgerutscht Aber ist egal Wir sind in Q3 Das ist alles, was zählt Und dann probieren wir das jetzt gleich nochmal Ich würde sagen, wir gehen gleich mit ein bisschen mehr Sprit raus Ähm Ja, quer Also das Also Leclerc und quer Okay, Leclerc kann ich noch vorstellen Aber quer glaube ich nicht, dass die Zeit legit ist Das ist wieder so eine vorgespulte Runde von der KI Ist egal Wir sind hauptsache in Q3 Alles andere ist jetzt eh egal So, also Wir überprüfen nochmal alles Jetzt Ja, wir nehmen den Reifen Der ist ja kaum angefahren Sprit Mach ich jetzt wieder ein bisschen mehr Ähm Oder so Dann kommen wir auf jeden Fall auch rechtzeitig zurück in die Box Ähm Und Ja, dann fahren wir nochmal raus Direkt Und dann probieren wir das Zwei Flügel müsste ja noch eingestellt sein Das habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet Aber Das sollte ja passen Das sollte er ja übernommen haben Und dann sehen wir ja, was das bringt Und ansonsten machen wir halt beim letzten Run nochmal mit Einzelflügel Sollte das jetzt nicht passen Aber das sehen wir ja gleich Wo wir stehen Oh, der Regen hat aufgehört sogar, sehe ich gerade Das ist ja interessant Vielleicht wird es sogar nochmal trocken am Ende Das wäre jetzt interessant Wir fahren jetzt auf jeden Fall direkt mal eine Runde Weil das Problem ist Je trockener es wird Je schlechter sind die Inters Und je langsamer sind sie auch tatsächlich Also das macht jetzt schon Sinn hier doch richtig zu pushen Wetterbericht Wetterbericht Mal gucken, ob die so schnell jetzt ablocken die Strecke Dass wir sogar mit Slicks fahren können Also wir sind jetzt glaube ich schon langsamer Als gerade eben Weil die Strecke schon massiv abkommt Können wir vorstellen, dass die Hitzeentwicklung auch massiv gleich sein wird Das ist ja mal ein richtiges Auf und Ab Im Wetter hier Aber geil Macht es halt natürlich auch spannend Die Frage ist es natürlich, ob ich halt jetzt sofort funktioniere Denn Auch das ist kein Geheimnis Ich bin auf jeden Fall bei solchen Mischmaschbedingungen Langsamer unterwegs als Die Konkurrenz Dann gucken wir jetzt einfach mal Ja, da ist gar kein Grip da auf der Strecke Egal, wir haben das Beste Wir müssen natürlich ausgerend jetzt einen Mercedes vorfahren Ich hoffe, dass der nicht im Weg steht Naja, man merkt richtig, es ist gar kein Grip da Ist jetzt viel schmieriger Als wenn es regnen würde Das ist so krass, ne Also weil jetzt Die Inters nicht richtig gut funktionieren Das Reisenthema ist halt immer spannend War auch cool Bloß Auto nicht wegschmeißen Das wird jetzt das Wichtigste sein Damit wir da eine gute Runde hinkriegen Oh, jetzt komme ich da zu weit links Oh, ne Auto übelst instabil geworden Egal, wir machen gleich noch eine zweite Runde Aber Helfen tut es nicht Strecke wird auf jeden Fall nicht besser Für die Reifen hier Ja, ist richtig gut Stich auf der Hinterachse Die Balance ist jetzt halt auch nicht mehr perfekt Puh, komm Vielleicht ist es weit links Das war jetzt halt ärgerlich Oh Gott Die Balance ist am Arsch Das ist das Problem Uff Das war natürlich jetzt gar nichts Ich könnte mir vorstellen Dass wir nochmal auf Slicks gehen dürfen Das war ja nicht so gut Das war natürlich immer noch ein bisschen Ich bin lustig 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 Das Fahrzeug fast nicht. Die Ecken. Das war gar nichts. Für die letzte Kurve, da habe ich ja noch mal relativ viel Zeit liegen lassen, aber da muss ich fast jetzt eine Sekunde holen oder so. Na gut, die hole ich auch fast. Okay, so schlecht war es gar nicht. Fahren wir nochmal direkt rein. Ja, und dann ist die Frage. Sollen wir es riskieren? Also das müssen wir mal gucken. Hatten wir nicht so eine ähnliche Situation in Kanada, erste oder zweite Season, wo man ganz am Ende noch darauf spekulieren hätte können, auf Slicks zu gehen? Nee, das war diese Season. Season 2, diese Season, Kanada. Und ich bin aber zu spät über die Linie gefahren. Sonst hätte ich safe eine Pole gehabt, weil ich der Einzige gewesen wäre mit Slicks. Und es war am Ende Slick-Bedingungen. Also vielleicht, 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 vielleicht gelingt mir dieser Streich erneut. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie sich die Bedingungen ändern. Und natürlich wissen wir auch nicht, was die Konkurrenz macht, ne? Das ist klar. Aber ich würde fast behaupten, wer könnte es vielleicht riskieren. Also rein optisch, ja, der ist Slick-Zeit. Dann werden aber die anderen jetzt auch mit Slicks rausfahren. Dann werden wir den Flügel auf jeden Fall wieder umstellen. Und ja, dann müssen wir halt direkt funktionieren. Mit den Slick-Bedingungen. Aber was für ein Qualy, ey. Was für ein Qualy. Finde ich geil. Ja, macht es echt schön spannend, weil das... Man halt echt nicht weiß, wo man steht. Und du kannst auch nicht wissen, wo wer steht. Sollen wir nur halt die Bremspunkte dann gleich richtig setzen und hoffen, dass... Ja, ich mich nirgends verbremse. Also eventuell überlege ich sogar, die Outlap übelst am Limit vielleicht zu pushen. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber einfach, um gleich rauszufinden, was geht und was nicht geht. Man könnte natürlich hier jetzt in Monza auch spekulieren, zwei schnelle Runden zu fahren. Der Akku müsste es hermachen, glaube ich, dass wir zweimal Vollgas knallen können. Man hat ja harte Bremszonen, als dass der sich wieder füllt. Ich glaube, ich riskiere es sogar. Es ist zwar mehr Sprit, was ich mitnehme, und in der zweiten Runde sind die Reifen natürlich bei weitem nicht mehr so geil. Aber trotzdem, glaube ich, ist es das Risiko vielleicht wert, zwei schnelle Runden zu ballern. Das heißt, ich muss bei drei Minuten Rest ungefähr raus. Ja, die sind safe schneller, die werden auch jetzt auch immer schneller. Wir nehmen natürlich die Q3-Reifen. Das heißt, ich lasse den Sprit mal so, wie er ist. Wir machen mal einen Klick weg. Müsste er passen. Mit zwei Runden, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf den einen Kilogramm kommt es nicht mehr an. Lass mich mal überlegen. Wir fahren hier in trockenen 18er, 17er Zeiten. Das heißt, ja, bei drei Minuten Rest reicht es easy für zwei schnelle Runden. Das heißt, wir fahren bei drei Minuten Rest raus. Und dann versuche ich, zwei schnelle Runden zu setzen. Ich hoffe, das ist kein Genickbruch. Aber ich glaube, es schadet nicht, diese Erfahrung aus der ersten schnellen Runde mitzunehmen. Und dann halt mehr der Fahrer und nicht das Material vielleicht entscheidet. Mal gucken. Ja, machen wir so. Lass noch mal kurz vorspulen und dann fahren wir jetzt raus. Machen wir zwei schnelle Runden. Gerade in Monza, denke ich mal, kann man das mal riskieren. Nein, ich habe den Flügel vergessen. Ich bin so ein Idiot. Wieso vergesse ich das schon wieder? Ja, okay, jetzt ist es halt natürlich scheiße. Die Balance ist natürlich völlig dahin, wenn ich einen Zweierflügel fahre. Uff. Oh Mann, Ray, ey. Manchmal bist du echt... Zu viele Gedanken und das Wesentliche verliere ich dann. Yo. Bremst du noch her da, ey, Junge. Junge, Junge. Schaden habe ich auch nicht keinen, ey. Ja, Krippniveau ist halt echt kacke. Ja, du wolltest jetzt nicht vorbeifahren. Bleib schön mal hinten dran. Weil dieses Angasen in der Outlap... Tat unmöglich. Die könnten halt auch alle fast zwei Runden fahren. Könnte sogar sein, dass sie das machen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Also ich muss auf jeden Fall sehr aufpassen beim Rausbeschleunigen. Weil wir natürlich jetzt zwei Dreierflügel sind, äh, zwei Viererflügel sind ja nicht die optimale Balance. Aber ich werde es schon irgendwie schaukeln. So, am besten nutzen wir direkt den Renault so ein bisschen als Windschattengeber. Ich hoffe, das klappt. Ja, genau das meine ich. Die Balance ist halt völlig für den Arsch. Ja, und jetzt muss der natürlich vorbeiziehen. Ach, Mann. Der bleibt schön hinten dran jetzt. Der bleibt schön hinten dran. Und, also, die in der Komm hashtag üzere ich? Oh, er ist ja nicht so. Oh, er ist ja nicht so. Hallo. Was ist schon vorbei? Nein! Hä? Wieso hat das nicht gereicht von der Zeit? Habe ich mich jetzt so verkalkuliert? Uff. Hä? Oder war die Outlap jetzt doch so langsam? Habe ich mich da jetzt so verrechnet? Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top-Docs, Waters, Hamilton und Mick Schumacher. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, das ging ja jetzt... Oh Gott, das ist jetzt... Okay, das ging ja jetzt ja völlig nach hinten los. Habe ich mich jetzt so vertan mit der Zeit? Habe ich jetzt gar nicht mehr darauf geachtet? Achso, nee, das war ja schon meine zweite Runde. Oh, ich bin so dumm. Ja, Entschuldigung. Nee, das war ja meine zweite Runde, die ich ja schon gefahren bin. Das war ja gar nicht meine erste. Ähm, oder? Ich weiß nicht. Moment. Ich bin total verwirrt. Äh. Aber das sieht man hier nicht, ne? Oder war doch hier. Müsste man es ja sehen. Nee, ich bin nur eine gefahren. Uff. Hä? Habe ich mich so vertan, ey? Drei Minuten hätte doch easy gereicht für zwei... Oder hat das Rausfahren so lange gedauert? Okay, ich habe mich auf jeden Fall anscheinend böse verschätzt. Ähm. Die Zeit war natürlich jetzt auch nicht gut. Die Balance war blöd. Äh, wie gesagt, das mit dem Flügel. Ich meine, viel hat nicht gefehlt zu Mick. Ne, das ist ein Dreizehntel. Ähm. Das hätte alles gepasst noch im zweiten Durchgang. Und, äh, ja, mit 1,4er Flügel definitiv. Das ist jetzt halt blöd, ey. Neuner Platz. Das, da wollte ich halt natürlich gar nicht starten. Ähm. Arrg. Ja, also die Qualifyings, die müssen... Die laufen zur Zeit echt nicht gut. Also da muss... Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Da bin ich jetzt ein bisschen... Ihr merkt, frustriert. Weil ich mir doch ein bisschen schon was Besseres ausgedacht habe. Ja. Das wird natürlich jetzt ein sehr, sehr, sehr kritisches Rennen, weil... Eine erste Kurve rein. Eine erste Schikane in dem Tumult mitten im Feld. Puh. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Ja, egal. Machen wir das Beste draus. Schön auf jeden Fall Mick auf Position 3. Auf der sauberen Seite dann auch. Vielleicht schafft es ja am Start irgendwie gleich Hamilton oder Bottas zu attackieren. Guter Starter ist er auf alle Fälle. Äh, wir müssen positiv denken, positiv bleiben. Wir haben zwei super Erfolge eingefahren in den letzten beiden Rennen. Ähm, daran müssen wir jetzt anknüpfen. Ich muss einfach das Beste draus machen. Ich denke, wir haben ein gutes Setup. Ich darf natürlich nicht vergessen, den Flügel umzustellen. Ähm, und dann ist natürlich einiges möglich. Ich muss halt relativ schnell gucken, dass ich nach vorne komme, dass ich den Anschluss nicht verliere, äh, damit einfach auch die Chance bestehen bleibt, die Mercedes zu attackieren. Weil ich glaube, gerade in Monza ist halt Windschatten und DRS-Fenster so wichtig. Das wird die Strategie sein. Aber sei es drum. Es war spannend. Am Ende hat es sich leider nicht ausgezahlt, weil der Race sich irgendwo wieder verkalkuliert hat. Leider. Ähm, will ich da in Zukunft einfach echt nochmal so 20 Sekunden auf Nummer sicher draufrechnen beim Rausfahren. Dann sollte das nicht mehr passieren. Ja, egal. So oder so. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so wäre, lass ein Däumchen noch um. Da ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dann auch beim Rennen mit dabei bist. Spannung ist, denke ich, definitiv geboten von der Startposition aus. Und, äh, ja, mal schauen, wo die Reise dann hingeht. Ich hoffe auf jeden Fall weit, weit nach vorne. Ich bin raus. Ciao. Ciao.